Hier im Dommuseum ist für mich bedeutsam, dass es ein Ort der Erinnerung ist, der Erinnerung an eine lange Zeit der Geschichte dieses Bistums und zu den Stücken des Dommuseums, die besonders eindrucksvoll mich daran erinnern, gehört die goldene Madonna. Ich kann gar nicht einfach so vorbeigehen zum nächsten Ausstellungsstück. Ich bleibe immer erst mal stehen dort, schaue sie an und sie schaut mich an und das Kind, der Lehrende Christus und dann gehe ich weiter.